Zahlreiche Shitstorms führten zum Karriere aus der Star-Moderatorin Thomas Gottschalk. Doch Fans wollen ihn nicht gehen sehen. Lässt er sich zu einem Comeback überzeugen? Ist es wirklich aus und vorbei? Fans wollen das wetten, dass aus ihres Lieblings-Moderatorin Thomas Gottschalk nicht wahrhaben. Auf Instagram trauern sie ihrem Kindheitshelden hinterher und animieren Thomas doch noch weiter zu machen. Lässt sich der Moderator zu einem Comeback überzeugen oder ist es nun das endgültige Ende einer ganzen TV-Ära? Mit viel Überzeugung kann er ja zurückkommen. Nach unglaublichen 42 Jahren Fernsehgeschichte nimmt Thomas Gottschalk Abschied von der Hitsendung wetten, dass Zu seiner letzten Show am Samstag, den 25. November 2023, lädt er wie gewohnt hohe Gäste auf sein Sofa ein. Neben Sängerin Cher beglücken deutsche Stars wie Helene Fischer, Shirin David und Matthias Schweighöfer den Entertainer in seiner Show. Die Meinungen der Fans über das letzte Show-Spektakel waren jedoch gespalten. Der ein oder andere Kommentar des Moderatoren wurde als unangebracht aufgenommen. Dennoch sind sich alle einig, sie wollen ihren Tommy nicht gehen sehen. Fans wollen ein Comeback des Moderatoren, trotz seiner vielzähligen Skandale. Fleißig kommentieren sie unter den Abschiedsposts von Thomas auf Instagram. Alle trauern ihrem Kindheitsidol hinterher und wollen es nicht wahrhaben, dass es jetzt zu Ende geht. Können die Fans den Star-Moderator doch noch überzeugen, weiterzumachen? Thomas' vergangene Skandale sind ihnen dabei ganz egal. Denn genau das soll der Grund für sein Karriereausbau wetten, das gewesen sein. In seiner Abschiedsrede der letzten Folge machte er dies ganz deutlich, und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt du hast wieder einen Shitstorm hier gelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. So verabschiedete sich die ZDF-Legende von seinen Fans und seinem gesamten Team. Eine Ära geht zu Ende und keiner will es so richtig wahrhaben. Doch alle wollen ihn wieder auf der großen Bühne sehen. So ganz ist es mit seiner Karriere dann doch nicht aus, da man ihn außerhalb von wetten, dass noch in anderen Fernsehformaten sehen werden kann.